Wir haben uns heute hier gesammelt gegen Hinrichtungen im Iran. Das iranische Regime hat vor, wiederum unsere Jugendliche Hinzurichten. Der weltweit bekannte Ritter Thomas Salehi heute ist verurteilt worden, dass das iranische Regime vor hat, ihn hinzurichten. Wir sind gegen Hinrichtung und jegliche Art Hinrichtungen im Iran. Wir sind hier gegen Terrorzentrale des iranischen Regime, hier zu protestieren. Genauso in Berlin, vor der iranischen Botschaft sind wir auch Leute gesammelt. Vor dem Auswärtigen auch, weil wir fordern die Bundesregierung und eure Regime arbeiten und dann auch in Gefahr stehen. Jede Scheidach-Demokratie will Iran im Inland und im Ausland im Keim zurückkehren. Aber die können das nicht. Wir sind auf der Straße. Wir sind spontan hier gekommen gegen eine Terrorregime mit Namen Islamische Republik Iran. Auch gegen diese Terrorzelle. Das ist eine Zelle von Terrorwandel. Von hier wird alles organisiert. Auch den Islamischen Regime.